so halli hallo hallöche meine freund und herzlich willkommen zu einem neuen teil von Mr.Hunter. ja ich habe zwar immer noch geschwollene Fresse aber ich werde dennoch heute nicht mehr machen da ist eine neue waffe raus ich hoffe ihr könnt mich gut verstehen ich habe das gefühl dass es von tag zu tag schlimmer wird ja die neue waffe dabei handelt es sich um da hier die 12GA blazer f3 bockflinte und ich werde natürlich flinten aufgeschossen mitnehmen heute weil ich möchte natürlich ausprobieren was für die munition da drin dann noch mal zusätzliche munition mit und ja ich möchte einfach mal schauen die waffe sich so handhabt so was braucht man denn alles den wildschwein krauler brauchen noch genau dann haben wir das das braucht man nicht das braucht man auch nicht und das brauchen wir doch fassaden nehmen wir auch noch mal noch mit fassaden genau und von kojoten na da ist er ja gut ja ich hoffe ihr versteht mich und wir werden es auch gleich mal halten muss ja es tut noch ein bisschen weh beim reden aber ich gebe mir trotzdem mühe dass ich das hinbekomme oder ich rede halt einfach mal ein bisschen weniger so dann gehen wir rein und dann zu unserem fieder da hat der komisch verweise wo ich den hingestellt habe habe ich gedacht eine gute stelle aber ist es doch nicht sondern er hat eine anziehungskraft von 1 sehr viel aber vielleicht haben wir glück und ist eine sau da und die werden wir dann natürlich auch schießen aber jetzt schauen wir erstmal was die flinte so kann gut und ich melde mich dann sobald sich etwas tut ach ja genau noch etwas ich weiß nicht mal bei welchem video war das jetzt ich weiß nicht Landwirtschaftssimulator oder etwas da gibt es menschen die einfach wahrscheinlich mit ihrer freizeit nichts anderes zu tun haben wie irgendwie sachen jemanden zu unterstellen zum beispiel was da letztens wieder los war war der hammer also wird behauptet dass ich geld von denjenigen verlange die das mit mir zocken wollen aber hallo also leute sorry der typ der albert albert hochsee heißt er glaube ich also albert hochsee bitte 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 lasst solche äußerungen wenn es dir jetzt sowas von übelst langweilig ist den ganzen tag über dann such dir doch irgendwie eine stricknadel und wolle und strick dir ein pulli oder was aber lass solche äußerungen das ist ja wirklich der hammer also solche sachen ich verstehe nicht wie kommt es denn auf sowas da muss man doch wirklich irgendwie ja sorry aber da muss doch im kopf irgendwo der schraube so dermaßen locker sein dass es nur kurzschlüsse verursacht also sorry dass ich das sagen muss aber ich verstehe es nicht aber naja so ist es halt nun mal eben auf der welt es gibt immer irgendwelche die einem neidisch sind und das problem habe ich nämlich jetzt gerade dass er wahrscheinlich das auch versucht hat und dann deswegen hat er ja extra an dem tag wo er mich haten wollte oder getan hat profit angelegt wie schlecht das doch meine videos sind und bla 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 hallo macht doch selber mein video zeigt mir mal wie gut du bist also ich glaube ich brauche nicht mit über 500 abonnenten also fast 530 abonnenten oder 536 oder ja so was da bist du gerade brauche ich mich doch bestimmt nicht schämen und bist du also da hat doch keiner keiner meiner abonnenten dass ich mir hier irgendwie ein spiel zusammengezockt hat hat noch nie irgendwie einen cent abdrücken müssen also ich verstehe es nicht das einzige was der mitbringen musste war seine zeit also wenn sie wirklich so übelst langweilig ist dann geht doch okay da mal ein erstes schwein ich merke gerade ich muss noch die russ reduziere anlegen habe ich noch nicht so dann schauen wir mal und dann pfeifen wir doch er hat der war so so also sorry wenn ich das ist ja wirklich also wirklich schon grenzwertig solche äußerungen so die sau kommt von dort irgendwo habe die waffe schon geladen nein weiß ich was bei der waffe halt ist ist ich habe keine zielhilfe also ich muss die so benutzen und ich hoffe ich hoffe wirklich dass ich da treffen werde weil ich ja immer ohne zielhilfe schwierigkeiten habe ja so dann schauen wir mal nein also lasst mir solche äußerungen und wenn dir persönlich was nicht passt und du meine videos ach so scheiße findest und dann auch noch die leute angreifst mit denen ich zocke zum beispiel in dem fall den ralf lasst es bitte bleiben und nicht den angreifen nur weil er bauer ist oder landwirt ist hallo ohne dem ohne bauer ohne landwirt hättest du nicht zu fassen auf dem tisch ist doch so also was tust du was tust du für die menschheit er sorgt dafür dass wir essen haben aber jetzt habe ich das los ich muss das jetzt einfach noch mal sagen weil das im echt unter alle sau ist da so was macht mich sauer so was ich meine meine leute mit denen ich zock angreifen weil ich nur neidisch weil du noch nie mit mir zocken durfte oder neidisch weil ich als player bin der mit der was versucht dass viele menschen mit ihm zocken wupps ein pilz da ist es nur so was ich habe so jetzt haben wir sie auf dem verscheid hallo schweinchen hallo ah da läuft es schon 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 das ist noch relativ weit weg ja da kommt ja mann mal callen hat das auch noch eins das mehrere oh ja der schaut schön aus der schöne hauer mal schauen ob man herankommen die frage habe getroffen ach es läuft auch ein zweck jetzt müssen wir schauen ob ich das getroffen habe aber ich glaube aber einen guten sound hat die waffe so jetzt schauen wir mal haben wir sie getroffen ja wir haben sie getroffen körper bin ja gespannt wie weit das noch kommen ist da ist die nächste blut verlieren tut sie gut haben wir Glück und sie liegt ja irgendwo hoffen wir mal naja das ist flüchtend naja nicht vergessen montag fünfter achter live stream mit der ich hab da vorne liegt ja nur aufpassen dass die noch mal auf springt ich hab mich nicht getäuscht mal alle anderen waffen laden na doch 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 da liegt sie cool bin ich ja gespannt also hauer hatte schöne 709.771 w naja doch nicht so groß aber egal gut so ich gehe jetzt mal weiter richtung den see und dann schauen wir mal was wir dort noch sehen und ich melde mich dann gleich wieder bis dann so da bin ich auch schon wieder und gleich sind wir jetzt am wasser und dann müssen wir eigentlich den blick schon auf unseren feed haben aber ich hoffe dass zumindest ein schwein da ist aber anziehungskraft vereinser der steht doch nicht allzu richtig wir müssen den doch noch mal umstellen aber für die position halt genial aber naja man kann es alles haben also denn schon denn ja 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 alle stellen hier ja es wird momentan landwirtschaftssimulator wird kommen weil die haben wir ja vorgedreht aber werkschutzfeuerwehr und so weiter würde ich erstmal zurückstellen weil es im breten doch noch nicht so geht wie ich gern möchte und nach zehn minuten dauerschwafeln tut mir meine fresse weh dass ich meine hey mir hat da voll jemand reingehauen und das ist halt dann auch schlecht für die videos aber ich denke mal das macht nix ab nächste woche geht es dann wieder weiter soo boi kicken heiße keine sau keine sausa unten mann 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 hier drüben hatte ich schon das öfteren schweine hier aber auch das ist ja das komische na ja macht ja nicht das war's dann auch schon ganz kurz das kleine display ich musste das eine mit dem albert hochsee da oder wie der da heißt oder wie du da heißt mal loswerden bei der fälle lasst solche sachen einfach such dir eine stricknadel und wolle und strick dir einen pulli für den winter da hast du ja auf alle fälle was davon wie wenn du jetzt hier da anfängst die leute zu haten und dann auch noch leute zu hätten die du nicht kennst also und allen anderen wünscht jetzt ein schönes wochenende und ich weiß ferien haben bei vielen bis die woche angefangen wünsche ich natürlich schöne ferien und erholt euch gut und wer im urlaub ist oder in urlaub fährt dann schönen urlaub ja und am montag um 20 uhr montag fünftel 28 uhr live stream mit ich suche da noch ein paar leute die mitmachen wollen einfach kurz bewerben und was müsst ihr sein 16 jahre und ihr braucht erfahrung was das betrifft weil ich habe keine wenn ihr welche habt deswegen braucht ihr welche dass ihr mir da ein bisschen was zeigen könnt okay gut das war's dann auch schon und ja bis zum nächsten mal und läuft da was nö 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 da läuft nix okay dann schönes wochenende bis zum nächsten mal tschüssi